und so und heute spielen wir die medizinischer notfall eine person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt genau und abtransportieren genau heute spielen wir nämlich die landscheid modifikation für emergency 4 eine version ist gestürzt und hat sich leicht verletzt dann reicht ein rtw ja ja genau also landscheid in der zweiten open beta ich glaube ich habe die in der ich in der ersten open beta auch schon gespielt ich weiß gar nicht wo er jetzt kommt so wie man sieht hat man ein paar polizei autos das was ich ein bisschen doof in das was man hier alles drüber alarmiert über diesen typen hier daneben der feuerwache steht die hier ganz okay groß ist also die feuerfahrzeuge sehen auch nice aus muss ich schon sagen und zwar dachte ich jetzt schon scheiße jetzt habe ich ein problem und zwar dachte ich dass mein computer kaputt ist weil gestern ging nämlich gar nichts mehr also ich meine wenn ich sag gar nichts mehr meine ich wirklich gar nichts mehr so ich hatte sozusagen bluescreen aber wer wäre ich wenn ich mir nicht hätte helfen können und zwar habe ich einfach den task manager geöffnet das ging noch da junge das war den rettungsdienst durch ist gerade sein ernst wer wäre ich wenn ich mir nicht helfe zu helfen müsste du drecks handy alter immer in der aufnahme ich habe einfach den task manager geöffnet und habe die explorer exe gestartet also nicht internet explorer ist für die leute die es nicht wissen ist zum beispiel die task leist die die wenn du irgendwie einen ordner öffnest oder so das ist der explorer ich finde die mod gar nicht mal schlecht gemacht das ist der explorer und ja habe ich einfach gestartet und da habe ich gestern der mod aufgenommen und zwar die einsatz für den 13 11 modifikation achtung jetzt passiert gleich was achtung also abgeschlossen obwohl ich noch nicht mehr im krankenhaus bin was so ja das ist ein bisschen baggy du jetzt ist dass man den koffer zurück in den rtw und du tust die trage nämlich erstmal in rtw so super super so einsteigen und ab zum kh genau patient aufgenommen hier kann man die stadtmeldungen selbst geben ja da brauchen wir jetzt irgendwie kein blaulich für das ist mit dem polizei das finde ich ganz nice nicht jetzt mal hier die polizei autos polizei auswählen dann haben wir hier den hier dann haben wir den grünen dann haben wir das hier hier das hier sah für mich eher aus wie ein bmw ist aber ein passat da haben wir hier den von der r lagen also der heißt die 38 2 aber das ist das modell von von dem 8 von der r lagen modifikation und dann haben wir hier noch ein der hat so zum umleiten was darauf aber das kann man leider nicht aktivieren soweit ich weiß schalten wir mal das erweiterte den erweiterten zoom ach jetzt ist ausgeschalten oh ups jetzt schalten wir wieder ein und er funktioniert so jetzt warten wir noch auf den einsatz wie man sieht es ist auf deutsch ja ich habe es wieder auf deutsch geschafft was das dumme was jetzt passiert ist bei manchen bots kommen einfach kommt einfach keine stimme mehr es kommt einfach keine kack stimme mehr und das ist richtig nervig mein ganzes mausblatt ist dreckig so leute scheiße man da bin ich wieder ist mir einfach mal die mod abgestürzt schönes ding schönes ding scheiße alter es reicht langsam ich glaube ich stell es ich stell es aufs stummen stumm ja jetzt hat so okay ja weiter geht's aber witzig nicht was auch immer dass wir sein soll es ist ja mal die Achtung Basis amokläufer im einsatzgebieter fängt er gleich zu paris nehmen oder ausschalten ja da kann ich nicht einfach nicht sein wo es dann größer obwohl es da ich achte da gut rufen wir gleich mal die Feuerwehr auch noch weil ja hier rufen wir mal eine hlf dazu noch eins von anderen weil das wird es nicht überleben wieso gibt es eigentlich in so einem spiel immer amokläuferinnen wir schicken da den undercover hin ich finde die polizisten auch richtig nice gemordet man muss ich echt gestehen komm näher ans fahrzeug komm bleib die scheiß feuerwehrmann jetzt wird die gleich alles in flammen aufgehen bitte fahr jetzt bitte fahr jetzt nicht dran vorbei wenn es explodiert juckt den hund ja nicht ja wusste ich es doch hör auf mein fahrzeug zu schießen du snitch hör auf feuer das juckt die alte überhaupt nicht ja rufe ich gleich meinen techniker noch dazu das ist ja mein fahrzeug gleich wieder repariert ja es brennt jetzt wirklich na geil ja statt 1 ach ja hier schau es gibt sowas bin ich geil sowas gibt es eine taschenlampe gibt es auch finde ich auch kann gar nicht mal schlecht oh alter hat die fett damage gemacht äh kommt das andere feuerwehrfahrzeug überhaupt noch ist hier überhaupt irgendwas passiert der hier war doch alarmiert dachte ich oder 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 ich hab hier ist nicht vor steigern so schlauch nehmen schlauch nehmen oder auch nicht dann du ah ne du kannst der kann nicht mal einen schlauch nehmen der typ schlauch nehmen das spiel ist ein bisschen buggy leider noch ich weiß gar nicht ob die mod überhaupt noch aktiv bin ich eigentlich zu dumm den scheiß feuer äh zu einem scheiß schlauch höre kein problem ich habe einfach das beidet sich nicht auf diesen wald aus das wäre nämlich nicht grad formidabel für uns dann schließen der hier ist irgendwie hat irgendwelche probleme kannst du irgendwas mit dem feuerlöscher nehmen ja bitte doch nicht das ist 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 nicht da kommt dann nicht mein feuerlöscher ähm abschlepper statt 2 sagt man das in Lentscheid ist ein effektiver mod von daher würde ich da gar nichts sagen was steht hier stadtwerke stadtwerke lentscheid soweit ich weiß ist lentscheid so war ja wenigstens das hat funktioniert das freut doch abstellen nein stopp stopp schlauch wegpacken in Fahrzeug sonst stellen sie es nämlich nur ab ist ganz ok also es erinnert ein bisschen meiner meinung nach erinnert es ein bisschen an die wegberg mod von den sachen her so nur ein bisschen also dass hier es gibt dieses aber das ändert jetzt nichts nein 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 Moment 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 jetzt ist er nicht einsatzbereit okay läuft bei dem jetzt hat zum Schrott Platz mit schön mit warmen Blinklicht das anscheinend nicht funktioniert funktioniere ach doch es funktioniert aber die oberen anscheinend nicht oder keine ahnung einsteigen einsteigen und parken können jeweils fahrt jetzt also hier dass man diesen grünen polizei skin in mir ja gut gelungen einsteigen zum gefängnis ohne blaulicht bitte und ohne warnblinker ist er aus oder an der ist natürlich an der ist natürlich immer noch an das aus verfolgen mal dieses feuerwehrfahrzeug dieses polizeifahrzeug so parken ich werde abtransportiert medizinischer notfall eine person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt ja geil das hat mir gerade schon und dann ist ich nämlich abgebrochen hast du ein kleines kind hingelegt ich frage mich wer da immer den rettungswagen ruft vielleicht ist kein kind selbst so jetzt wo war der geile rtw was der hier das sieht so aus wie so wie die neuen da die die noch selbst sprinter geblieben sind wenn ihr versteht was ich meine ja ja läuft man im kleinen kind vorbei euch nicht ja ich finde das sieht richtig geil aus oh yeah oh yeah ich mag das auch jetzt wird die vw finde ich den allgemein von vorne her auch geil aus also hier das die schnauze mal gucken wie wir das große stück hier parken randalierende zivilpersonen oh mein gott was falsch in der stadtmann wenn nötig versorgen sie alle opfer und transportieren sie sie ab ja ich meine gut schwarzen könnten wir in der theorie wir das nervt mich immer ein bisschen das ist dann dass man sein standbild hat geht dem kind gut ja geht dem kind gut das ist schön zu hören so kann man das hier irgendwie öffnen das fahrzeug hier fahrzeug nein leider nicht so du bringst den koffer jetzt erstmal wieder zurück ins fahrzeug du stellst die trage nämlich ins fahrzeug wir haben den verletzten die kauft sich jetzt etwas am kiosk läuft bei dir halt einsteigen 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 k ohne blaulicht das kleine kind hat es auf die so halt stopp die polizei nicht schießen nicht schießen hinterher rennen kannst du verraten nein du kannst deine weste anziehen das bei dir ähm nein wir brauchen einen rtw äh ja vielleicht spricht das spiel ja wieder ab kommt der nicht hinterher oder was ja doch der mann hat der frau natürlich freundlich drauf spaß spaß gegen frauenschlägerei tschau kommt er da unten schon ja sehr komisches blaulicht sehr betörend das blaulicht sagen wir so wie man sieht hier sind die fahrzeuge auch schon wieder gemodelt ist bestimmt nicht grad die wenigste arbeit so ein fahrzeug um zu machen hier rote signal stellt den zugauern nicht wenn er kommt höre es von da oben dahin fahrt tollwut alarm schrafen sie das infizierte tier aus verhindern sie eine aussteigung der tollwut und behandeln sie alle opfer und transportieren sie ab da ich glaube da können wir auch gleich eine rtw rufen vielleicht sogar vielleicht zwei die die person ist unbekannt ja unbekannter verletzungsgrad holt du den koffer du holst die trage schön aus der seite rausgeholt finde ich gut da müsste es aber irgendwie noch die tür aufgehen meiner meinung nach huch achso wahrscheinlich hoch mit dem ding hallo wieso kannst du dich denn jetzt nicht bewegen Achtung Verkehrsunfall oh mein Gott nimm doch die trage einfach hier nimm die einfach mal ja was ist hier passiert der Verkehrsunfall wieder dann wird an den hier her so holen von der Feuerwehr den hier den hier einen NE zwei NEFs drei rtws eins zwei drei ein ein harten da kommt schon der hier da sieht man aber das kann man leider nicht aktivieren oder ich bin so dumm dafür hat nur alle schon so hier hier nimm du steckst dein Köfferchen weg kann er senken kann er senken hallo jetzt halt so rein mit der trage das alles so ein bisschen überfordern weil es ist nicht einfach einsteigen und wegfahren sondern ein reintun einsteigen wegfahren weil der Tollwut hat unter Umständen so hier umleiten wird umgehend durchgeführt äh Fahrzeug parken wir mal um das stellen wir mal dahin ich dachte vielleicht dass man es irgendwie alarmieren kann aber äh irgendwie machen kann aber nicht dass ich wüsste nicht dass ich wüsste naja was will man machen gell so haben wir den Notarzt das hier wie man sieht das hier weiß ich nicht was ist das hier ist der NEF äh der NA der Notarzt und das hier das ist auch hä äh du mal das ist richtig komisch egal nimm doch den Koffer mein guter so da sind die beiden RTWs da läuft eine nicht angemeldete Demonstration Teilnehmer festnehmen und abtransportieren und kümmern sie sich um alle eventuell entschließenden Folgeschäden nein ich beschwöre mich einfach mal nicht wenn wir den hier den hier weiter ein der deutschen es bleibt noch jetzt muss ich noch auf das auf den 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 Feuerwehr auf das Feuerwehr fahrzeug warten Das hoffentlich auch noch bald irgendwie kommt, sonst brauche ich nämlich wieder was anders. Ich alarmiere. Ich warte einfach noch kurz. Es nervt halt, wisst ihr. Ja, ja. Widerstand leistet ist zwecklos und so. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Widerstand, Widerstand, Widerstand. Die werden das hier niederstrecken. Hier. Person abhalten. Person abhalten. Halt. Nein, 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 nein. Das ist ein bisschen nervig. So. Aussteigen. Widerstand. Also wir brauchen noch den anderen STW hier, weil sonst bringt das nämlich gar nichts, weil sonst gehen die nämlich alle auf eine Person. Ach, stört die gar nicht, dass ich hier irgendwie ihre Hitsstreiter angreife. So, da du rein, da du rein, da du. Hä? Eigentlich wäre das Review jetzt schon... Ja, 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 eigentlich wäre das Review jetzt sendet, aber das... Ich mache jetzt noch kurz weiter, jetzt haben wir ein Problem. Hä, wieso kann ich den da nicht einpacken? Das ist richtig scheiße geregelt. Nein, du kreist den Polizisten jetzt nicht an. Du nimmst ihn fest. Dann kreift er mich an. Ist die Feuerwehr denn endlich da? Hast du... Jetzt ist da noch einer! Ja, roger. Angreifen. Da kannst du nicht reintun, da kannst du nicht reintun, aber warum nicht? Aufsitzen. Höre, bin unterwegs. Jawohl. Widerstand. 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 Ja, dann müsste gleich wiederkommen, fahrt mal zum Gefängnis. Bin unterwegs, ja. Widerstand. Widerstand. Höre. Ach, sie hat ihn jetzt auch. Auf dem Weg. Kraft er ist hier schon wieder an, ey, ist unglaublich. Widerstand. Hier bleibt ihm auch nichts erspart. So, hier die 1. Die scheiß Feuerwehr kommt einfach nicht. Warum wird die eigentlich nicht von... Ne, das ist der Taucher. Warum wird die eigentlich nicht von hier alarmiert? Ich weiß ja nicht mal, wer was, was, wieso und weshalb ist. Was ist jetzt da hinten noch? Achso. Da werden die gerade weggebracht. Oh, eins ist angenommen. Toll, 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 toll. Oh, wow. Wissentlich ist es das volles Fall zur Fahrzeug. Hat keine Schere dabei, ist nur ein LF. Ja, egal, egal, egal. Jetzt kommt da schon wieder jemand. Oh, nö. Schieß sie ab. Egal, auf jeden Fall, ihr wisst, wie es ist. Ich hoffe, ich kann euch die Mod ein bisschen zeigen. Und ja, damit würde ich meinen, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Euer Simi Gär.